Ich entwickle ein Spiel in einem Schloss. Am vierten Tag habe ich erstmal weiter an grandiosen Levin gearbeitet. Es hat aber immer noch einiges an Grafik gefehlt. Also musste ich unsere Artists mal ein wenig motivieren. Draw! Go! Oh no, drawing. Die Omi ist auf jeden Fall der Oberbabbo. Aber Spielentwicklung war natürlich nicht alles, was wir so auf der Burg gemacht haben. Spontane Piano-Impro. Dance-Partys. Und ein Fußballspiel. Oh, habt ihr das schon gesehen? Das hier ist meine offizielle Bewerbung für das nächste Influencer-Fußball-Event, denke ich mal. Wie lässt sich ein Tag besser beenden als mit Sauna? Und ein Sprung in den Burgkram.